Ich glaube, ich kann mir schon vorstellen... Allein schon Miniatur, ne? Das kann doch jetzt nur noch in die Hose gehen, die Map. Los geht's, Alter. Ohne Scheiß. Jetzt geht's ab. Keulen, keulen, erchen wir eine Nagif. Ich bleib der Nova-Troll. Da ist nicht mal gespannt, was die Map mit sich bringt. Ach du sch... Obwohl, das sieht geil aus. Ich finde sehr krass, wie der einfach überall knallhart diese Wasserautomaten hinstellen. Ach, das! Das käme man doch von Garrys Mod, weiße. Ja, ja, ich sag ja. Das ist richtig geil. Ein Probier, der ja. Wer auch alle in der Ecke gammelt. Aber sie richtig geil aus. Ja, ich brauche Hilfe, ich brauche Hilfe. Er kommt mit meiner Nähe. Na, wo bist du denn jetzt? Ach da, hier auch so, ich bin links neben dir, der. Oh, ich bin runtergefallen. Bin tot. Oh shit. Nein! Alter, das ist geil. Die Map ist richtig fett. Ich komme. Und die Map gefällt mir auch wieder, aber... Ach, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Das letzte Kämpferzeit wird umso ein Überleben. Ja, und scheiß, guck mal, hier sind einfach 20 Leute, die ihn killen wollen, so weißt du. Ich schaff's nicht, da draufzukommen, Alter. Ah. Das war's. Nice. Okay. So richtig geile Map. Wir müssen also erstmal, wie er ganz oben treffen, wo wir vorhin waren am besten. Ja, das wieder da hoch und dann zeig ich dir mal, wo wir uns verstecken können. Ich komme, Freunde, ich komme. Aua, aua, aua. Hallo, immer sachte hier, ich hab nur noch 2.000 AP, eh, okay, geh wieder weg. Ich bin so heikel, oder? Ihr seid böse. Aua. Komm, na, ja, es kommt hier, ne? Mann, gegen Mann, gibst du das? Oh, der Schisser, Schisser da hier. Er ist das vor mir. Aaaaaa. Nein! Nein! He Mae wo Ambiret! Da drin. 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 Frage. Oh Gott! Lol. Bin wir in einem Zimmer, wo vor ein Überlebender war, ne? Ich komm da hin. Ach komm, ich verschaffe den ersten Sprung grad nicht mehr. Ich hab ne andere Idee. Einfach in die Schublade springen, Alter. Ja, man. Welche Schublade denn? Ähm... Muss gleich mal zu mir kommen. Komm mal zur Eingangstür. Welche Eingangstür denn? Die große vom Zimmer. Ja, ich bin da. Hier bin ich. Ich bin hinter dir. Hier, hier, hier. Jetzt komm hier hoch. Da ist das Regal, was da offen ist. Ja, ich hab's schon gesehen. Müsste eigentlich reichen von hier. Ja, das funktioniert so. Das ist jetzt grad nicht passiert, oder? Ey, in den anderen selber konnte man gar nicht sterben, Alter. Von Fallschaden. Ja, hier kommt man auch rein. Müsste drin. Ja, der infiziert mich, Alter. Ficker. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Ja, Mann, der kommt dann auch von der anderen Seite rein. Komm, lass mal neues Versteck suchen schon mal. Ne? Ja. Komm mit aufs Regal drauf mal eben. Nächstes Regal. Wo bist du denn jetzt? Da, komm mit. Hier kann man auch gut hin, komm mal mit. Äh, hoch wieder. Na weiter hier. In nem Regal bin ich noch. Hier. Komm mit. Ja. 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 Hier kann man auch gut hin. Ja. Da bist halt nur mit dem Reinhalten abwechselnd. Wenn ich nachladen, musst du da sowas wieder anschießen. Ja, ich hab jetzt nicht gleich nächstes Mal oder nach der Runde erst? Ich weiß nicht. Ja. Aber dann hast du hier. Das ist gut. Na ja. Ich geht nicht auch da rein, ne. Okay. Ich bin auf dem Bett. Lach rein, schnell rein, schnell rein, bevor die Pflichtungen loslegen. Bin drin, ne. ach ne das ist ein witz weißt du erster? ja ich bin first also ich bin mit ein paar anderen first infected ich bin drin ah ihr werdet mich nie kriegen ach komm mach mal nicht das ist ein Dreckspiel manchmal nein ahaha ok dann können wir jetzt unsere Challenge wieder starten ok ok ich geh wieder hoch zur ersten Tour du hast du grad weggeschleudert nein ich bin jetzt oben am Bildschirm ok ich bin auch hier ok musst du das nehmen ja go und wieder zurück 1 2 3 go und zurück geschafft ich komm mal lieber bis nach vorne hin Alter geh nochmal oh Gott oh nein ach das ist hier gelandet Tobi weißt du oh ich bin hier der geduckte wie wo was? hier unten bin ich echt nix von dir hier unter dir ach so hi wow wie hässlich du bist du siehst echt hässlich aus guck mal so sieht sich mal aus so hallo hallo oh zeiße oh Gott nochmal auch weggeflogen ja 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 ich bin hier an der Kante den müssen wir noch irgendwie kriegen biep biep ja ich bin ganz unten hi 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 nein ich bin da unten ich bin wieder unten alter bock du mal ey guck du mal die Schusslöcher auf der anderen Seite ha 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 hi ach du Scheiße Alter hi wie unfair der Spot hier ne oh nein 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 Nein! Weg ist er. Alter. Moin. Moin. Unentschieden. Komm mit dem.